Musik Tante Lucy macht ihrem Namen alle Ehre. Ob es der schöne Biergarten, die hervorragende Küche, die jeden Sonntag ein üppiges Buffet mit Köstlichkeiten aus aller Welt zaubert, oder die kleinen gemütlichen Sitzgelegenheiten mit viel Platz auch für größere Veranstaltungen ist. Musik 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 Wer das Besondere feiern möchte oder einen besonderen Ort fürs Feiern sucht, für den sollte die Wingers Mühle eine erste Adresse sein. Die historische Mühle, vor 500 Jahren als Ölmühle erbaut und in den vergangenen Jahren renoviert, bietet rustikal gemütliche Atmosphäre bis hin zum offenen Kamin auf drei Etagen, die auch einzeln gemietet werden können. Musik